Was ist in den letzten Tagen von den feiernden Partypeople? Die unterschiedlichen Regeln dazu will ich jetzt erstmal nicht eingehen, sondern wir haben euch mal drei Partytipps in drei verschiedenen Städten aus dem Wildwechselterminator herausgepickt. Den Anfang macht gleich ein echter Knaller für Fans, Kultiker, Haus- und Technomusik. Klingt sensationell, ein bisschen übertrieben, ist aber ernst gemeint. Aber ich gehe erstmal auf die Themen ein, die wir insgesamt heute haben. Wir haben einerseits eine Party, wie gesagt, in Kassel, nennt sich Tanz der Gleise. Dann haben wir eine Party in Marburg, die nennt sich Marburg's First Day Club. Und dann haben wir, eins, zwei, drei, eine Party in Paderborn und die nennt sich Hello Again. Hat aber nichts mit Schlager zu tun. So, fangen wir an mit Tanz der Gleise in Kassel. Das ist eine Veranstaltung, die findet im Kulturbahnhof in Kassel statt. Das ist eine wirklich ausgefallene Location. Die ist nämlich in diesem Fall direkt auf den Bahnsteigen, nicht auf den Gleisen des Kasseler Hauptbahnhofs, der auch gleichzeitig der Kasseler Kulturbahnhof ist. Und dort findet eine überdachte Open-Air-Party statt. Die haben da schon ein paar Veranstaltungen gemacht, auch schon vor Corona, aber auch jetzt neuerdings, wo das wieder ist. Und es ist eigentlich eine wirklich ausgefallene und coole Location, wo man sowas gut durchziehen kann. Wer ist dabei? Was macht das so besonders? Also, neben einigen Kasseler DJs können sich die Kenner der Szene vor allen Dingen auf zwei echte Oldies-but-Goldies der Techno-Szene freuen. Nämlich Westbem und Alfred Heinrichs. Jetzt ist natürlich der Name Westbem vielen bekannt, deswegen gehe ich da erstmal noch nicht so viel drauf ein, sondern steige mal direkt mit Alfred Heinrichs ein. Alfred Heinrichs ist geboren in Ost-Berlin. Seine Musik war aber maßgeblich beeinflusst vom legendären Plattenlabel Hard Wax. Ebenfalls beheimatet in Berlin. Dieses Platten, dieser Plattenladen, kleine Korrektur, nicht schlimm, das schneiden wir hinterher. Nein. Dieser Plattenladen ist bis heute ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der sogenannten Berlin-Detroit-Achse. Das ist, deren legendäre Techno-Stile sind seit den 80ern sehr einflussreich. Und Heinrichs ist halt bekannt dafür, Musik zu spielen, die zum Beispiel unter anderem für den Club, aber auch das Label Dresor, auch beheimatet in Berlin und wirklich weit über Berlingsgrenzen berühmt bekannt ist. Kein richtiges Deutsch, aber ihr habt, glaube ich, verstanden, was ich sagen wollte. In dem Plattenladen, den ich vorher erwähnt habe, ein Plattenladen ist übrigens so ein Laden, da standen früher so große Kisten und da waren ganz viele Platten drin, meistens einer langen Reihe und dann hat man da gesucht und hat sich da noch beraten lassen von den Verkäufern. Und in so einem Plattenladen, nämlich eben Hard Wax, hat Heinrichs seine erste Techno-Platte gekauft und die war von dem DJ Rock. Für Insider ist das auch vielleicht eine ganz interessante Information. Bekannt wurde er aber auch durch seine Projekte mit anderen Techno-DJs, wie zum Beispiel Hirtenfeller und Sascha Bremer. Und jetzt kommen wir mal zu Westbem nochmal. Westbem ist ja einer der ältesten und somit natürlich auch ersten deutschen Techno-DJs. Und er heißt natürlich nicht mit bürgerlichem Namen Westbem, mit bürgerlichem Namen heißt er Maximilian Lenz. Das klingt ja fast nach einem Dichter und dann hat er sich natürlich deswegen umbenannt. Nee, das hat er eher gemacht, weil er damit eines seiner, ich sag's mal, Vorbilder oder Idole ehren wollte, den berühmten African Bambata. Damit hat das so ein bisschen was zu tun. Werden das mehr interessiert, gebe ich einfach mal den Tipp. Wikipedia informiert auch darüber sehr gut. Ob bei Wikipedia aber auch steht, dass Westbem 1988 vom Goethe-Institut nach Südkorea geschickt wurde, um dafür deutsche Musikkultur zu werben, das weiß ich nicht. Aber das habe ich damals halt mitbekommen. Und ich weiß, dass auch andere Leute bei mir in der Clique das extrem cool fanden, dass auf die Art und Weise Deutschland im Ausland repräsentiert wird. Weil damals war deutsche Techno-Musik noch was ganz, ganz Neues und ganz, ganz Frisches. Und seitdem ist Westbem eine echte Marke in der ganzen Techno-Szene. Und dabei gelang ihm immer wieder der Spagat zwischen Commerz und Kult auf der einen Seite, zwischen Mainstream und Underground auf der anderen Seite. So ist zum Beispiel sein größter Hit Empire, Sonic Empire, wahrscheinlich vielen bekannt. Und er schafft es dann auch sogar auf so Sampler wie dem Bravo-Sampler oder Club-Rotation oder wie die Dinger alle hießen. Oder er nahm auch einfach mal, das ist noch gar nicht so lange her, einen Song mit dem NDW-Sternchen Nena auf. Trotzdem hat er nie den Kontakt zur Basis verloren und auch immer wirklich einen nicht-mainstreamigen Techno gespielt. Und er ist bis heute ein ganz, ganz großes Ding in Deutschland. Und somit ist es auch eine echte Sensation, dass er nach längerer Abstinenz endlich mal wieder in Kassel vorbeischaut. Und dann auch noch auf so einer außergewöhnlichen Party. Das Ding ist ja, das ist ja keine Stadion-Atmosphäre, die da einen erwartet, sondern das ist, wie ich schon sagte, der alte Kasseler Hauptbahnhof. Und so sieht das da auch aus. Also jetzt nicht, dass das heißen soll, da ist alles kaputt oder so. Aber man sieht schon, das hat schon so ein bisschen Steampunk-Image da. Und auch einen coolen Sound. Und es lässt sich eben Corona-konform dort auch gut feiern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr einen entsprechenden Artikel auf unserer Webseite. Ich wollte das hier eigentlich einblenden. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Hier könnt ihr vielleicht nicht sehen, aber ich kann es sehen. Tanz der Gleise in Kassel mit Westbem und Alfred Heinrich heißt es ganz treffenderweise. www.wildwechsel.de Oder ihr googelt einfach nach dem Thema, vielleicht noch mit dem Zusatz Wildwechsel, Tanz der Gleise. Dann findet ihr es definitiv. Und natürlich auch weitere Party-Tipps. Dann kommen wir gleich zum nächsten zwei Themen, die ich noch habe. Wie sieht es denn eigentlich anders aus im Moment mit Partys? Da haben wir zum Beispiel schon diesen Samstag in Paderborn ein Event. Da meldet sich der Dirk Siethoff in seinem quasi Wohnzimmer, also dem Residenz in Paderborn, mit seiner Hello-Gan-Party zurück. Aber keine Angst für die, die ihn nicht kennen. Der spielt ja jetzt keine 70er-Jahre-Partyschlager, sondern natürlich wie immer aktuelle, kultige und auch underground-mäßige House-Sounds. Wobei er wie fast immer dezent in dem Floor auflegt, der sich Wald nennt und auch so aussieht, während auf dem Hauptfloor unter anderem der Sir Benny Stiles sein Bestes geben wird. Und auch hier, interessant, hier gilt zum Beispiel die 3G-Regel. Und so wie wir das im Web gelesen haben, heißt das Feiern ohne Maske, wenn man die entsprechenden Bedingungen erfüllt. Ebenfalls an diesem Samstag haben wir eine Party in Marburg. Das ist das genaue andere Extrem, ganz unten im Süden. Die haben sich ein ganz besonderes Partykonzept ausgedacht und nennen das Marburgs First Day Club. Die Location ist dabei das FKR-Bauzentrum, allerdings findet das ganze Open Air statt. Und Dennis Will vom FKR-Bauzentrum erklärt dazu Folgendes. Ich zitiere. Das Konzept ist einfach. Stellt euch einen großen Club vor und jetzt öffnen wir das Dach und euch werden die Musik, das Licht und die Emotionen hoffentlich in einen unvergesslichen Abend mitnehmen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen würde es mich interessieren, ob das nur so symbolisch gemeint ist oder ob die wirklich das Dach öffnen können. Da klingt spannend. Wer hinfährt, kann mir ja hinterher mal berichten. Hier gilt die Regel 2G. Das heißt, an diesem Fall vor Ort tanzen unter Einhaltung von speziellen Abstands- und Anstandsregeln, was immer damit gemeint ist, aber dafür auch ebenfalls ohne Maskenpflicht. Aber Achtung, die Tickets gibt es nur im Vorverkauf und Einlass ist erst ab 18 Jahre und es dürfen auch maximal 200 Leute mitfeiern. Dann ist Schluss. Der Eintritt wird übrigens gespendet. Ich habe allerdings noch nicht in Erfahrung bringen können, wofür. Aber es wird bestimmt ein guter Zweck sein. Da gehe ich jetzt hoffentlich mal von aus. Ja, und wer ist da dabei? Das ist eine Veranstaltung, wo wirklich ein ganzes, ein ganzer, ganzer Bunch full of DJs. Kann man das so sagen im Englischen? Sagt man das so? The whole? Naja, egal. Mein Englisch ist sowieso noch zu gut. Also, wer ist dabei? Ich versuche es mal. Jetzt kommt wieder Englisch, weil ich kann die Namen jetzt hier tatsächlich nur ablesen. Wir haben da hier entweder Emily Larson oder Amelie Larson. Wir haben den DJ G-Star. Das ist ein bisschen einfacher und eindeutiger. Dann haben wir den DJ Matze. Könnte so heißen. Oder er nennt sich Matt C. DJ Quentin. Ob der sich jetzt an Quentin Tarantino oder eher an San Quentin orientiert, weiß ich noch nicht. Dr. Dot Grooves. Geschrieben allerdings G-R-U-V-R-S. Sehr interessant, originell. Mark D. oder Mark G. Medo und Pierre Schrader. Ich vermute mal, dass das wirklich deutsch ist. Neo-Quentin, also nochmal. Quentin scheint sehr beliebt da zu sein. Vielleicht sind die beiden ja auch irgendwie verwandt. Pascal Nuri. Semper BZB. Oder Simper? Semper? Semper. Steve Dorf. Ah, Steve Dorf. Der kommt übrigens hier aus der Gegend. Bei uns um die Ecke. Ich hoffe, ich darf das sagen. Aus Ossendorf. Und macht in letzter Zeit immer mehr von sich reden. Er hat die Corona-Phase ganz gut genutzt, interessanterweise. Und ja, freut mich. Hallo Steve. Timo Baldoa. Nicht, 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 nicht Timo Balboa, sondern Timo Baldoa. Tempery und natürlich U.A. und andere sind mit dabei. Pierre hört also wirklich eine größere Anzahl. Und deswegen geht es auch schon um 16 Uhr los. Und wie gesagt, Tickets nur im Vorverkauf. Also rechtzeitig drum kümmern, um mit dabei zu sein. Ja, und wenn das da nicht klappt, haben wir bei euch, haben wir für euch, wenn das da nicht klappt, haben wir für euch noch eine ganze Menge anderer Partys, die ihr bei uns im Terminator finden könnt. Geht auf wildwechsel.de, geht oben in der Navigation auf Events und dann habt ihr die Auswahl und könnt euch die ganzen verschiedenen Sachen anzeigen lassen. Und wenn da irgendwo Party steht, einfach mal draufklicken. Dann kriegt ihr eine ganze Liste nur mit Party-Tipps, die übrigens jeden Tag aktualisiert wird. Und wenn die Party-Veranstalter schlau sind, dann machen sie das bei uns und tragen die selber ein oder stellen irgendwie anders eine Verbindung zu uns her. So, ich hoffe, das war interessant. Und ich hoffe, wir haben bald auch wieder was für euch. Und vielleicht wird es dann von meiner Seite auch ein bisschen professioneller. Ach, ich habe noch eine Bitte. Ich will das hier gar nicht immer nur alleine machen, sondern wir suchen Leute, die Lust haben, Männlein, Weiblein oder was auch immer, an diesem Thema hier teilzunehmen. Und vielleicht anstelle meiner dann Veranstaltungstipps hier einzusprechen, dabei net zu lächeln oder auch nicht oder irgendwas Lustiges zu machen, wie auch immer. Vielleicht fällt denen ja mal was ein, was ich noch nicht gemacht habe. Volltreffer. Wer da Interesse hat, meldet sich einfach bei uns, schickt uns eine Mail an info-at-wildwechsel.de oder ruft einfach direkt an oder schreibt uns eine Nachricht. Von mir aus auch auf meiner Handy-Nummer 0171 93 38 278. Aber bitte keine... Ach, ihr wisst schon. Tschüss. ... ... ...